Durchfallquote mehr als 50 Prozent. Gibt es irgendwelche Fragen, die über das Wochenende entstanden sind? Wünsche? Vielleicht mehr üben? Wir fangen sofort an. Außerdem hat er eine Lykopenie. Eine was? Eine Lykopenie. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Lyko? Ja, Lykopenie, also ein weniger. Eine Leukopenie. Ja, Leukopenie. Dania Kajata kommt aus Syrien. Die 26-jährige studierte Medizin. Sie braucht noch die Facharztausbildung, um als Ärztin für Innere Medizin in Deutschland arbeiten zu können. Ich hatte in meinem Kopf zwei Entscheidungen, entweder USA oder Deutschland. Aber jetzt bin ich hier. Und das ist, also, ich fühle mich wohl hier in Deutschland. Und wirklich alle die Leute helfen dir. Und es ist, ich hoffe, dass wir alle unsere Ziele erreichen.